Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis-Angeberwissen. Ich bin Saschi und das ist Pujan und wir haben heute den 4. Dezember und am 4. Dezember haben wir auch... Das ist Anke Huber. Kennst du noch Anke Huber? Nee, das war die Sellish, die immer so gestöhnt hat. Aber Anke Huber hat auch... War das nicht die mit der blonden Kurzer Frisur? Ja, so hat sie gespielt. Das war die typische Anke Huber-Bewegung. Bitte machen Sie eine typische Bewegung. Anke Huber hat immer so gespielt und war ziemlich gut darin, warum auch immer. Ja, das war, die es gewonnen haben, 4. Dezember 1974. Wurscht. 4. Dezember... Also ich fand die optisch ganz gut, spielerisch, keine Ahnung. Naja, so gut war es ja auch nicht. Die war besser optisch als Steffi Graf. Wieso? Soll ich. Aber ging so, naja. Am 4. Dezember 1999 gab es den höchsten Gewinn in der Gewinnklasse 2, Lotto 6 aus 49. Und zwar sage und schreibe 8.034.874,50 Euro. Äh, nicht Euro, Mark. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bislang alles versoffen. Sehr gut. Welcher Fußballspieler hat gesagt, ich habe mein ganzes Vermögen durchgebracht mit Nutten und Alkohol und den Rest habe ich einfach verplempert? George Best. George Best. The best. George Best hat das. Prost, habe ich gesagt. Ach, Kettofaust. Warte mal hier, zeig doch mal das, du auch. Wir haben gleiche Tassen hier. Wir haben sogar gleiches Branding hier. Ja, Schucki über Nucki. Egal. Ja, am 4. Dezember war auch ein, ähm, boah, der war stark. Am 4. Dezember hatten wir auch einen Hit. Äh, 1990, ne, 1989, in 1990 reinragen. Für 10 Wochen war Nummer 1. Phil Collins mit I Can't Walk. Another Day, nee, das heißt I Can't Dance. I Can't Dance. Das ist übrigens Genesis. Da singt er nur. Ja, ist doch egal. Ja, genau. Phil Collins mit Another Day in Paradise. Another Day in Paradise. Ach, das war diese, äh, Balladenrotzgedöns, wo er auf soziale Probleme in Amerika eingegangen ist. Jawohl, ja, obdachlos. Oh, der ganze Rotz. Ja, ähm, ja, hast du da was zum 4. Dezember? 4. Dezember 1971, äh, wird die Goldmark zu 100 Pfennig als einheitliche Währung eingeführt. 1871, sorry. Hier steht nämlich noch was von Deutsch im Reich. Ich hab nur gedacht, 1971. Äh, 1971 im Deutschen Reich, genau. 1871, das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich, damals noch nicht Deutsche Reich, sondern Deutscher Reich. Ganz normal, ja. Da wurde, äh, die Goldmark eingeführt zu 100 Pfennig. Nein! Ich vermisse, äh, nicht das Deutsche Reich, bitte nicht falsch verstehen. Bitte nicht falsch verstehen. Die Goldmark. Nein, aber ich vermisse so ein bisschen die Deutsche Mark. Die Deutsche Mark? Die ist ja schon asbar. Ja, wir auch. Nicht, nicht Werbung machen. Nicht, äh, nee, die ist uralt. Ja. Das war der 4. Dezember. Morgen sehen wir uns wieder am 5. Dezember. Könnt ihr wieder einschalten, den Kanal abonnieren, bis dahin unsere Sendung liken und es weitererzählen, dass es uns gibt. Cheerio mit Sophie. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.